hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video war so hier auf meinem kanal glück oder können wenn ist wenn ob sage ich aber es heißt op nicht b ja ich weiß ich sage trotzdem ob habe ich neue klamotten an habe ich einen helm auf nicht doch das gas reiten schnell in die sicherheitszone ja bin ich aber egal ist eine andere sache okay wir versuchen es mal wieder in war zone es sind wieder sieben tage her seit der letzten aufnahme wenn ich matte kann stimmt das wo gehen wir raus eigentlich immer bei richtig storage town und es hat mir noch keine antwort was diese kratzer hier bedeuten ja keine ahnung weiß wirklich nicht ich bin ratlos downtown ja kommen wir sterben schnell nee hospital ja genau romenade ist eine promenade verdammt deutsch ist ganz schwer es ist nicht deutsch ja ich weiß ich habe eigentlich limonade gelesen aber ist alles okay das erste was mir in den sinn kam die limonade limonade aber zidrone bitte als wie eistee eistee muss auch zidrone sein ja bürsig kann man auch trinken aber eistee zidrone ist das non plus ultra ist die göttlichkeit in person und wenn man die frage stellt nutella mit butter oder ohne natürlich am besten mit butter und am allerbesten auf ein brötchen brötchen halbieren butter drauf nutella drauf beide hälften einzeln essen mhm geil das ist ja fast wie bei minecraft ich komme nicht in das verdammte loch rein und ja ich spiele seit sonntag minecraft mein partner hat mich ein bisschen angefixt ja ich muss sagen geiles game ohne scheiß schön zu bauen und alles wenn diese komisch explosiv körper mir auf die eier gehen wenn ich mir immer wieder löcher in meine gebäude und so reißen aber ist ok brauche ich neu ok wir haben die xm4 perfekt mit einer besseren waffe kann man nicht starten doch ich habe vergessen wie sie heißt oh der blizzard als zweitwaffe ist sehr schön panzerung haben mit zwei nehmen wir eine mal ein ich weiß man nimmt sie nicht ein aber egal ok wir bleiben am leben das ist jetzt der plan und holen uns zwei kills irgendwo bei uns wird geschossen glaube ich ok kannst du eigentlich sein dass du auch gerne auf Feuerstationen abspringst ja oder da landest ja mach ich wirklich gerne aha äh ne die ist nicht besser irgendwo sind hier auch gegner habe ich gehört oh der wunderschöne Zug wo ist die Kiste ah Fahrzeug Heimzug oh er ist ausgestiegen will auf den Zug und will er zu uns nein komm schon nicht mit der Waffe Zeit deine Freiheit zu verdienen Geil wir sind wieder da mit der Knarre aber geile Optik voll in die Fresse geschossen ich komme um die Ecke und er ist da und ich schieße ihn in die Fresse ja probleme habe ich oh ja warum nicht gleich Storage Town ey das ist ein gutes Zeichen das ist ein Omen oh freistum soll ich ziehen nein 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 ich weiß nicht er hat uns gesehen oh ja oh ja komm nimm die Waffe auf nimm doch die Waffe auf nein ok Runde Nummer 2 mal gucken ob wir jetzt länger leben als eben aber was war das entweder habe ich zu blöd war ich zu blöd habe vergessen den Knopf zu drücken zum aufheben der Waffe ich konnte die Waffe nicht aufheben ich habe gedrückt eigentlich aber ist ok was für ein Omen Storage Town gleich gestorben dann kleilt man den einen so den Schädel weg und wird man dann so verarscht oh geil keine große Waffe aber ich sterbe gleich wieder ihr kriegt 10.000 kleine Runden tut mir leid oh geil ein sehr komisches Visier dann nehme die super Wunderwaffe ich möchte hier die als Zweit haben die XM4 ist eigentlich ein geiles Gewehr hier eigentlich ne ja hier hinter bin ich dumm na endlich ein Kill und nicht den gerade im Gulag ok hat sich wirklich mit dem hier gefightet habe ich aber schon ja sicher ehrlich ich sag ja scheiß auf jedes modifizierte Gewehr die XM4 wenn es nicht meine Kilo ist dann ist es meine XM4 ja natürlich habe ich jetzt große Presse ich habe Kill gemacht hallo ich habe ihn überrascht beim Scheißen ist ok natürlich dann das Maulriesengroße hey ihr kennt mich oh mein Gott keine Sorge wir sterben sowieso gleich ich gucke auf die Uhr bleibt mitten auf der Straße stehen alles easy wo ist der Problem ist ich glaube es ist ein Sniper ist der da wo ist der also irgendjemand hat mich doch gerade geschossen ich werde gleich von der Seite gekillt ich bin gerade sehr ich bin müde und das ist einfach aus dem Gebäude gelaufen sorry man was für ein ich will nicht ich bin gerade sehr ich bin müde und das Spiel regt mich gerade ein bisschen auf ihr wisst ihr Fortnite aufgenommen vier Kills zwar nur gemacht aber war richtig nice richtig chillige Runde natürlich geärgert dass ich am Ende gestorben bin weil das wirkte so als einer gescheatet hat weil ich nämlich getroffen habe aber nicht getroffen habe ich glaube es sowieso gleich wieder Alter ich kassier gleich wieder da war jemand oder ja da läuft jemand oh man ich hab nur die blöde Pistole oh man läuft der jemand hinterher du darfst uns nicht sehen ich bin so hohl Alter wo laufe ich den denn hinterher da ist nichts zum verstecken und nichts um Waffen aufzusehen Alter wie weit ist denn meine Kilo weg was soll das ich kann doch ne andere Knarre nehmen Alter ich hab das gehört glaube ich ne Waffe ist dort 1 Kilo immer gut ach Muni gleich 0 ich bin doch ein bisschen Muni dazu mit 30 Schuss kann ich auch niemanden killen ok eine Person aber das war es auch man ich baue mindestens ein zweites Magazin 60 Schuss sollte ein Film sein ok ganz langsam wieder in die Zone rein immer an den Rand entlang diese Kiste Alter sorry dass das auf einmal das Video so langweilig ist dass hier nichts passiert ich weiß die meisten meiner Videos sind so aber das ist jetzt gerade wieder so spitze Bingo Kilo hast du ne große Presse ja ich immer falls einigermaßen läuft äh sehr schön geiles Loot danke du hast mir gutes Loot gebracht guter Lootbringer sehr schön wir müssen nach da wo er herkommt ok das war toll das ist mein Auto hinterher und über der Ding Warst du mich jetzt, ey? Über den Killen. Nicht, nein, 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 nein. Nein! Nicht von hinten! Nicht von hinten! Danke fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Guten Morgen und einen noch besten Abend. Ich bin hier mit raus. Wieso von hinten? Peace. Hast du auch gemacht? Nein.